hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video ja willkommen zum zick rig ja taugt es was oder nicht also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich bin bisher wirklich schwer enttäuscht also ich weiß gar nicht was ich sagen soll weder bin ich da echt zu dumm für oder ich habe das system nicht verstanden keine ahnung ich habe es gestern den ganzen real life tag weil ich habe frei herumprobiert ja mit diesem rig verschiedenste dinger tiefen kombination also die üblichen hier ist auch mal karamell karamell geht ja hier unten habe ich super gefangen 1500 silber mit pellet sinkender beulie und 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 karamell normaler beulie also pelle karamell beulie und hier auf 25 meter hier unten ja und dann denkt man sich doch kommen dann legt man ja ist auch mal die ich sag mal karamell farben diese schaumstoff zick dinger dahin ja mit mit milch creme dipp wie man sie auch beim karamell angeln macht schleudert hat futter paketchen rüber auf karamell angeln nichts nichts also sehr schwach muss ich sagen dann stand ich hier hier vorne da gingen ja die ist auch mal am anfang diese dinkels bühle alle und auf tutti frutti auch probiert da habe ich dann was bekommen wir gucken mal rein das war der einzigste fisch in anderthalb stunden an der stelle gewesen ein 14 kilo super freak und die anderen hier die haben zwei stunden gedauert aber hier unten an der stelle wo das karamell ging aber eben auf tutti frutti ausgelegt man tut die frutti ausgelegt und zwar mit russern alles auf rosa da habe ich ein paar wisse bekommen wir haben jetzt wassertemperatur normal ich habe hier die linke rute auf 60 zentimeter also stand und wir haben jetzt hier überall jetzt versuchen wir uns hier mal an der stelle creme 14 soll so ein sahne ding imitieren ja meiner meinung nach mit sahne weiß und sahne also mit kunst meist drauf dann haben wir hier die mittlere route da ist einmal creme 8 creme 14 ohne meist drauf mit sahne und auf der last waren ist einfach nur dieses schaumstoff ding gedickt mit sahne ja dann haben wir hier an der route quasi einfach nur eine komplette sahne mische man wie ihr sehen könnt und hatte hier auch gut und hier habe ich auch die schleier gefangen als trophy 15 meter clip werfen mal zehn portionen raus entspricht zehn kleinen wir werfen mal zweimal aus entspricht zehn mal in zehn gramm pva beutel von der menge her ich glaube nicht dass irgendwas passiert ja ich finde es ein bisschen ein scherz muss also muss wirklich zugeben also der see mega ich muss auch sagen ich bin auch ganz ehrlich drin also seit der sehe jetzt hier raus bin ich gar nicht mal ein anderes gewässer gereist außer ich brauchte köder aber hat es mir doch schon angetan finde ich schön und dann habe ich mich mal unterhalten mit einem mit demjenigen der hier quasi den spiegel kapfen man sieht ja es geht es geht der größte dinkel spiegel ist auf das zick weg gefangen worden dem habe ich einfach mal angetextet hier steht jetzt grün 24 und früchte man sieht ja auch nicht den dip oder sogar so ein bisschen schade jetzt weiß ich nicht ob er mich verarschen wollte oder ob es aber es vergessen hat wir gucken einfach mal rein ich habe mir halt gefragt ja was er da benutzt hat bad green steht hier auch drin haben wir gerade gesehen ein stick green 26 und tutti frutti so naja habe ich noch gefragt wo das war und bla bla und die vorfachlänge habe ich auch fragt und er sagt halt es war ja hier gewesen halt wie ich auch stand auch schon da habe das auch mal nachgebaut natürlich nicht mal ein zucker auf 24 meter hier ja es ist die question wie viele tage stand er da bis der bis kam war es zufall war es glück wie auch immer also ziemlicher wahnsinn manche haben geschrieben ja muss ja nicht unbedingt an dem sie funktionieren können ja auch für andere sehen gelten diese weg ja natürlich aber wenn es an so einem kleinen hier nicht funktionieren wie wie viele monate willst du denn da testen bist du mal was brauchbares findest an einem bernsteinsee also das ist an so ein riesen trümmer gewässer also ich war jetzt zumindest an den üblichen stellen gewesen mit ich sag mal 20 cm längen 40 60 ok 80 habe ich mal ausgelassen dann habe ich ein meter gemacht meter 50 wir haben jetzt normal temperatur wenn es warm wäre dann braucht man ja nicht so hoch gehen vom grund wenn es heiß ist dann ist ja um geschwankt ich habe gedacht das ding wäre kaputt oben rechts funktioniert wir hatten die letzten tage auf warm stehen auf warm gehen die natürlich richtung grund er hat man es guckt nochmal bleibt erst mal alles wieder auf normal ja so ist es wir bleiben jetzt hier mal die nacht ich melde mich morgen früh mal mal gucken ob hier was reingebissen hat wir könnten ja auch eigentlich machen wir lassen die mal auf sahne die zwei dann machen wir hier einfach mal ich hatte stand ja hier auch mal mit totti frutti und habe viele dinkels büder bekommen einfach mal hier rein tut die foto ist ja so er limetten farbe oder nehmen einfach mal rosa hier mit denen mit den billigsten und diesen rosa dingern da habe ich die gefangen gestern lustigerweise hatte aber auch viele bisse die nicht durchgezogen wurden dann habe ich alle auch nur auf ein bällchen umgebaut angerührt wurden sie aber nicht mehr genommen warum auch immer nehmen jetzt einfach mal hier 23 10 damit habe ich ganz gut erfolge dann nehmen wir lassen ist auf sahne lassen ist auf sahne wir machen aber mal auf rosa wieder rein damit dann sehen wir uns morgen früh dann gucken wir mal die ausbeute bzw auf den cremefarben gedöns tränenfarbenen dingern habe ich da unten auch mal war mal einen bekommen wenn man die gewichte lassen zu wünschen übrig zudem hatte ich viel oder viel zeit mit 1 0 geangelt bringt nichts wollte ich auch mal testen aber die gewichte bleiben ungefähr gleich dann kann man auch den groß einzeln nehmen bringt mir gefühlt ein bisschen mehr frequenz auf jeden fall in diesem sinne meine happy hours an wird verschwendet werden kann ich euch jetzt schon sagen wir sehen uns morgen früh da bin ich mal kurz wieder naja wer jetzt denkt wow schön was motze denn rum digger hast du doch super gefangen am zigweg ein kohaku nein ich habe mir gedacht als vergleich machen wir mal die dritte route auf sahne und siehe da keine fünf minuten drin fängt süße sahne 16 pop-up sahne weiß sahne ohne pva wir hatten ja die rakete reingeworfen 15 meter clip zack wieder rein das ist das was ich meine so die wir gucken mal eben ich sag mal also der gesunde menschen verstand wird was sagen ja gut ist ein bisschen dunkler ok mein gott aber ich sag mal wir haben ja hier auch so auf sahne also creme farbe sahne hier haben wir auch quasi haben wir so ein 14 ich sag mal boy drauf sahne weiß sahne also ja das ist das was ich meine warum fängt man damit nichts warum fängt man damit nichts ich kann es nicht verstehen weder mache ich irgendwas verkehrt daher auch meine frage an euch ja habt ihr da auch schon rum probiert habt ihr mehr erfolg gehabt ich meine wenn man sich die rekorde auch mal anguckt das ist auch das einzigste glaube ich bis jetzt was so da mit dem weg gefangen wurde wir sehen hier auch das ist die kombi ich gerade darauf hat der lederköpfen der absolute rekord da haben wir dieses zick ding und dann wort hat aber auch noch auch keus nix zu sehen ja kokos sagen sogar der kohaku und karamell die schleier hier wie man sieht auch die kombi die ich drauf habe also wer auf diese schleier aus ist würde ich mich hier auf jeden fall hinstellen 15 meter clip und gut ist ich warte mal ab vielleicht kriegen wir auf den ersten beiden ruten noch ansatzweise irgendwie in sahne imitats bis jetzt ist der morgen angebrochen eigentlich beste beißzeit aber ging natürlich nichts jetzt habe ich einfach mal alles auf sahne hier gemacht weil ist ja eigentlich ein bisschen verschwendung das hier ist einfach nur mal sahne kunstmais mit dip drauf und siehe da also das ist doch unglaublich fertig ja was soll man sagen entweder ist das weg noch nicht so irgendwie wie soll also da muss anscheinend noch daran gearbeitet werden oder ich bin einfach zu blöd hier habe ich jetzt einfach mal 2 16er pop-ups drauf sahne hier diesen kunstmaisen hier ein boy mit kunstmais ja was soll man sagen zumindest sind 20 minuten drei fische wie sagt er war nur mit einer route also ich würde jetzt hier darauf anlegen ich würde jetzt hier sahne pfa dran machen zum beispiel ihr seht funktioniert ja und ich habe jetzt gerade das umgebaut mit drei ruten auch sahne schön mit sahne pfa dann läuft das hier mit sicherheit ja wie gesagt ihr könnt ja gerne mal sagen wie das bei euch so ist habt ihr das mal probiert oder sagt man will ja auch gar nicht dass man jetzt 1000 mal mehr fängt wie wie mit dem normalen aber zumindestens ja mal mindestens annähern zu viel wenn ich ja schon an derselben stelle ihr wisst was ich meine da unten diese karamell stelle da fängt man warum wenn ich die futterrakete hinwerfe selbe stelle macht da diese dinger drauf und ich habe das alles große alles durchprobiert mini boilies große farben immer mit dem milch creme dip und ja selber als wenn man mit dem karamell boilie da rumstehen würde oder pellet und nix also neun fische in zwei stunden waren das glaube ich so und das ist ja schon viel da war ich schon sehr erstaunt da muss man ja mal da muss man sich auf der zunge zergehen lassen da vor dem tag hatte ich in drei stunden hatte ich 100 fische ja und habe 1500 silber gemacht überlegt euch das mal das doch wahnsinn also mal wieder was ihr seht sahne läuft auf jeden fall hier nur nicht als imitat lustigerweise ja und was mir auch aufgefallen ist mono vor fächer also die gehen ja gar nicht also bei mir gehen mono vor fächer mal überhaupt nicht auch ganz schreckliche bis frequenz bei mir persönlich weiß wieder bei euch ist also mono da bin ich schon mal ganz von ab ja und ich habe immer gesehen viele anderen hier mit ich sag mal so 18 kilo 16 kilo vor warum ist ja schön ein bisschen leid oder so keine frage kann jeder machen wer will ich persönlich habe keine lust acht stunden jetzt 15 kilo wiederum zu drüllen ich benutze einfach sie immer 27,2 habe genauso viele bis zu jeder andere auch und durchmesser ist 0,4 kann ich nicht meckern also wer es jetzt macht sag ich mal und sagt jogi schwirbert drill spaß haben ist hat ja auch völlig in ordnung aber wenn man jetzt sagt man muss hier so dünn dran also ihr seht nur zack der nächste unglaublich also das interessiert die viecher gar nicht also wenn dann reiht sich mein equipment ausmarschen bärensee auch man sollte schon bärensee angekommen schon 18 kilo vorfahren da kommt der nächste bis rein ich habe auch gar nicht mehr nachgefüttert waren nur diese zwei futterraketen wie gesagt hier sind genauso schwere karpfen sollen mit 40 kilo und mehr ich glaube nicht dass die sich jetzt interessieren ob dann 27 kilo vorfach am bärensee hat man sogar 36 kilo drauf also daran kann es auch nicht liegen ich persönlich wenn man da kein abbrechen muss ja aber jeder für sich entscheiden sollte kein angriff sein um gottes willen jeder kann ja angeln wie er möchte da fühle ich mich auf dem schlips getreten wenn mich da einer vorkommandieren würde aber nur mal als info also es macht keinen unterschied also wer sich da nicht umquellen will können guten gewissens ausreizender setup und die biste sind genauso in diesem sinne mit semer statistik wird schon besser das lustige ist in 23 minuten fünf seltene ein sehr seltener oder vier seltener ein sehr seltener in diesem sinne schönes wochenende wünsche euch petri lang petri rein macht's gut und tschüss